Wir haben mit 50 ambitionierten Hobbymusikern ein neues Orchester gegründet. Am 3. Juli haben wir unser erstes Konzert im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Wir sind ein ehrenamtlich organisiertes Orchester und wir planen auch im nächsten Jahr weitere Projekte durchzuführen. In Berlin gibt es so viele Laienmusiker, die ihr Instrument wirklich super beherrschen. Unsere Idee ist es, ein Orchester aufzubauen, das sich selbst organisiert. Musiker der Berliner Philharmoniker haben sich dazu bereit erklärt, uns mit ihrem Wissen zu unterstützen. Es ist ein spannendes Projekt und wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich wurde ganz spontan mit ins Boot geholt und fand sofort ein tolles Projekt. Und Esser kenne ich auch noch aus Cottbus. Ja, wir kennen es übrigens aus Cottbus. Wir lassen extra die Mittwochabende sausen. Dabei könnten wir auch in einer Bar sitzen und Champions League gucken. Nimmst du schon auf? Es ist mal etwas Anspruchsvolles. Du nimmst einfach durch den Lauf. Das ist total gestellt. Wir sorgen, wir die Bassgruppe, wir sorgen für den Wumms. Ja, also ich mache mit, weil ich gerne mit tollen Menschen Musik mache. Ja. Seid mir nochmal, war das Bild. Aber es ist auch sehr spannend hier zu sein übrigens. Ich hätte gerne weitergekommen. Ja, ich auch. Mit unserem Projekt möchten wir junge Menschen für klassische Musik begeistern. Das schaffen wir nur zusammen mit euch. Also liked unser Video, teilt den Link mit Freunden, Familie und Bekannten und unterstützt unsere Kampagne. Als Dankeschön haben wir für euch ganz spezielle Perks vorbereitet. Also vielen Dank. Und bis bald. Bye. 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 Bye.